Ciao Leute, was geht? Herzlich willkommen und an der Stelle auch ein dickes Grüßchen an den Stream hier. Nö. Tobi und ich haben uns was ausgedacht, meine Freunde. Wir werden heute Minecraft spielen. Allerdings spielen wir Minecraft auf eine natürlich nicht normale Art und Weise. Das ist ganz klar. Wir spielen nämlich heute, meine Freunde, Minecraft mit... Ihr könnt es dreimal erraten. Ich baue mal hier ganz kurz einen Block ab. Wir spielen nämlich Minecraft heute mit den tausendfachen Drops. Also ich möchte eigentlich, dass unser Inventar komplett voll gedupet wird. An der Stelle meldet euch gerne einmal ganz kurz jausen Applausen hier in den Chat rein, damit das auf jeden Fall ein Video zu sehen ist. Und wir spielen heute einfach mit Tobi zwacke zehntausendfache Drops, okay? Digga, Marcel hat aber auch gesagt, dass es laggen könnte. Laggen könnte, ja. Ja, natürlich könntest du laggen, das passt. Okay, solltest du laggen. Multiplayer, wir machen erstmal fünftausendfache Drops. Jo moin. So, Leute, wir gucken... Machen wir mal eine Null weg. Oh mein Gott. Okay, wir bauen jetzt einfach mal... Ich baue mal ganz kurz ein Stück Holz ab und wir gucken mal ganz kurz, was passiert. Und wir gucken mal, wie fünftausendfache Drops aussehen. Digga. Ja, da ist mein Inventar komplett voller Holz. Und genauso werden wir jetzt spielen. Ich würde sagen, tausendfache Drops, das reicht, glaube ich, vielleicht. Gut, Tobi, ich würde sagen, wir spielen jetzt einfach durch, bis wir den Enderrachen gelegt haben. Ich mache mir mal ganz auf den Crafting Bench. Genug Holz. Habe ich ja an der Stelle. Tobi, brauchst du auch was Holz? Hier ist ein bisschen was für dich. Ah, du, ich fahre mal ein paar Seas. Oh, hier sind halt fünf Millionen Seas. Alter. Viel Spaß euch, ne? Danke schön. Danke. Ah, ich werde vom Skelett angegriffen. Wir werden den Enderrachen legen, meine Freunde. Tausendfache Drops, auf geht der Hase. Upp, das sollte eigentlich flott gehen. Also eigentlich müsste schneller gehen. Mom. 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 Ah, okay, Knochen kriegt nur noch einen. Ich glaube, nur bei Abbauen. Okay, das heißt, ich muss erst mal was zu essen suchen. Oh, ich möchte 10.000 Rosen. Warum? Warum willst du dies? Junge, Junge. Alter, Digga, das sieht so geil aus. Okay. Lass uns was zu essen. Oh, Zombie töten. Ah, warte. Halbes Herz, bin down. Was? Dein Holz liegt hier. Ja, ja, ich habe das gesehen. Das leckt gleich. Nein, das wird nicht lecken. Hör auf. Das wird nicht lecken, Leute. Wir werden... Das ist alles gut. Tobi, ich baue uns so eine Strecke, damit wir wissen, wo wir sind. Wir müssen nur den Rosen folgen. Hör auf. Nur den Rosen. Tobi, wo bist du? Bin bei dir hinten. Moin. Ah, ich nehme mal ein bisschen was von meinem Holz. Ja, ich nehme auch mal... Ah! Ich habe ein ganz inventar voller Rosen. Wir sollten uns auf jeden Fall ein Feuerzeug craften, Alter. Ich habe keine Metz. Okay. Eigentlich müssen wir alles nur einmal farmen. Ah! Ich wollte mein Crafting-Table abbauen. Jetzt habe ich hier 500. Okay. Okay. Ich gehe nicht mehr mit. Gut, pass auf. Okay. Wir bauen einfach mehrere Crafting-Table direkt. Ich habe 100 Stück oder so. Okay, gut. Pass auf. Bau mal einen. Ja, ich fahre mal einen Cobblestone ein. Eigentlich müssen wir wirklich... Dürfen wir echt nur einen abbauen. Warte mal. Dass wir direkt... Oh Gott. Okay, wie viel hast du? Ähm... Ja. Okay, wir dürfen... Wir müssen gucken, dass wir so wenig wie möglich abbauen eigentlich. Okay, hier. Ja, sorry. Es reicht, ich habe genug. Ich habe nur so viel, Alter. Jetzt das Nächste ist, was wir brauchen, Eisen. Lass uns gucken, ob wir irgendwo in der Oberfläche Eis-Eisen finden. Wir können runtertauchen mit Türen. Alter, ich baue schon mal unsere Tauchglocke mit Türen, ja? Okay. Das ist 10.000 IQ, Leute. Dann müssen wir nämlich viel abbauen. Das ist wirklich so clever. Ich kann keine Türen aufeinandersetzen. Das geht nicht. Mein Plan geht nicht auf. Okay, mein Plan geht auch nicht auf. Das ist wirklich so clever. Scheiße, jetzt ist ja das Ding... Jetzt kommen hier 10.000 Gravel raus. Nein, ich brauche doch nur Flint. Ach so. Och, Mann. Oh, nein. Ich habe genug Flint. Ich habe 10.000 Flint. Was? Ich mache gerade Essen. Gönn doch nur... Einen Snack Flint. Einen Snack Flint, bitte. Danke. Okay, gut. Wir brauchen eine Essenturbel. Let's go. Ich mache gerade. Ich brenne einfach mit Holz. Es sind 10.000 Öfen, die hier liegen, Alter. Okay, wir sollten Höhlen suchen. Ich habe eine Höhle gefunden. Hier ist ein Eisen. Warte, ich baue ab. Wir haben jetzt 10.000 Eisen. Wir haben 11. Und... Bupp. Okay. Ja. Okay, warte, jetzt. Oh mein Gott. 200.000 IQ in den Chat, Leute. Ich brenne das Eisen, Tobi. Ja. Wir machen aus dem Eisen einen Eisenblock. Und bauen den wieder ab. Dann haben wir tausende Eisenblöcke. Aber was machen wir denn? Ja, Drüstung, Craften, Tools und sowas. Das machen wir mit den Dias auch. Alter, mit den DIA-Block machen? Ja. Ja. Du mal Wichse, Alter. Hör auf, auf mein Bett zu kratzen. Warte, wenn ich eine Fackel abbaue, kriege ich dann noch 10.000 Fackeln? Ja, ich glaube schon. Warte, hier können wir runter. Wir gehen hier runter. Ja, aber wir müssen uns halt immer den Weg verbrennen. Digga, bis wir einmal Bias gefunden haben, ne? Okay, weiter geht's. Wir müssen die tiefste... Oh, das ist eine gute Höhle. Ach so, wir müssen die durchbauen? Oh nein. Ich brenne. Das war Waste. Aua! Entschuldigung, Entschuldigung. Okay. Zombies! Dekadenz pur, ich schlag sie mit meiner Hand. Oh, eine Karotte. Oh, die stecke ich mir hinten rein. Ich bin viel, ja? Warte, wenn wir Karotten anpflanzen und die abbauen, wir kriegen wieder 1.000. Dann haben wir unendlich Essen. Okay, aber das dauert ja ewig, bis die gewachsen ist. Okay, schnell. Warte, 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 warte. Schnell, reinsteckern! Okay. Ja! Digga. Oh, Junge. Ey, Ehrenmann. Perfekt. Das ist der Ehrenmuss. Oh, wir haben noch ein paar. Digga, chill, das reicht. Okay, lass uns gucken, lass uns gucken, dass wir irgendwie jetzt noch Dears finden. Auf welcher Höhe sind wir hier? 19, 20, scheiße, Alter. Ja, wir müssen weiter runter, oder? Ich strip mine gerade, ne? Weil ich dachte, hier ist eine Höhe irgendwo. Ähm, ich bin auf Ebene 15. Okay, lass uns mal strip mine. Okay, ich probiere mich. Alter, Bruder, hier liegen so viele Blöcke. Oh, ich hab ne Fledermaus angezündet, die Dumme. Okay, Ebene 12, komm schon. Tobi, du musst hinter mir die Blöcke verbrennen, okay? Ich strip mine und du machst die Blöcke weg. Eigentlich müssen wir nur einen Dia-Block finden, weil das kommen ja dann direkt 10.000 raus. Ja, wir haben Instant, wir sind Instant-reich. Ihhh, wie geil. Wollen wir Redstone? Komm, Digga, es kann nicht sein, dass wir nicht so viel Glück haben. Ebene 12, Junge. Das muss ja wohl irgendwo... Ebene 12. Ebene, Alter. Wir sind Ebene 12. Oh, ich hab Dias. Was? Ich hab Dias. Zünd an, zünd an, zünd an. Warte, ich will abbauen, ich will abbauen, bitte. Ja, ja, warte, warte, warte. Du mach, mach mal. Zünd hier alles an, Alter. Alter, ich bin so ein Hacker, Junge. Au, 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 die schmerzen. Sie hören nicht auf. Okay, warte. Okay. Achtung, Leute. Kein Grund zur Panik. Hä? Nee, nicht auf mich. Ich kann nicht mehr Blöcke aufnehmen. Ich schmeiß die Blöcke weg und es kommen immer wieder neue rein. Aber unter mir sind keine mehr, oder? Hä? Ach so, die sieht man einfach nicht. Jetzt hab ich alle weg. Okay, verbrenne. Verbrenne, verbrenne. Okay, Leute, Achtung. Komm, hast du ein Break? Okay, okay. Okay, drei, mach. Zwei, eins. Wouh! Geil! Komplettes Inventau von Adias. Ich bin rein und ich scheiße auf euch alle. Die Leute bist so reich, Alter. Okay, raus hier, komm. Warte, warte, warte. Wir craften uns direkt Rüstung. Ohne Feuerzeug. Wir können alles duplizieren. Weiter. Baut an dir Blöcke. Hey, hör auf an meinem Stuhlrunden raus. Du Arschlo. Ein Stack benutzen, ein Stack wegwerfen, Alter. Ne, ich hab ihn einfach tragen, weil er die ganze Zeit weggekrasst. Ey, wir bauen uns da einfach mit dir Blöcken hoch, Bro. Wir bauen uns einfach mit dir Blöcken da hoch, okay? Digga, für den Flex, meinst du? Ja, beim End. Digga, einfach Flex. Oh nein, ich hab mir eine doppelte Hose gecraftet. Das tut mir aber leid. Ignorier das, ignorier das, ignorier das. Ah, ist es zu viel. Traded Emeralds. Ah, mir egal, ich bin reich. Okay, wir machen die Regel jetzt. Okay. Okay, ist Wasser? Ah genau, die haben wir eben gesehen, ja. Okay, Mom, ich mach mir mal kurz noch ein paar Diablöcke. Just for the Flex, huh? Oh, die hat aber drei Diablöcke. Weg mit Eisen, Alter. Wer bist du? Blaze müssen wir legit farmen. Ja, aber lass doch erstmal ein Village finden. Village ist erstmal wichtiger. Ja, ja, klar. Alles gut, Digga. Alles gut. Komm, wir laufen einfach. Hab genug. Village gefunden. Booyah. Booyah? Ja. Ich sag das ab heute. Booyah, jausen, applausen. Welcher von euch Bot-Villager will richtig weggescannt werden, Alter? Oh, schönes Village hier, actually. Ja, da, ist cool, da. Ja. Wir haben hier eine Church drin, ne? Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall einen Brewing Stand. Das heißt, wir haben hier einen Cleric. Das ist ganz nice. Und auch beten kann man dann. Ja, unter anderem. Ist hier eigentlich ein Bett drin? Ne, ne? Get in the boat! Villager, get in the boat! Ist so aber... Leave the Villager alone! Leave the Villagers alone! I punch you with the boat! Okay, Leute, wie kriegen wir den jetzt wieder hoch? Hey! Finger weg, Alter, von den Villagern! Nein! La, 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 la. Warte, umsetz nochmal hier eine halbe Treppe in, Tobi, dass wir den da einfach hochschieben. Ach Gott, Alter. Kannst du ein Boot craften und das Maulen? Ich hab's. Du musst es durch die tausend Betten fahren hier. Mann, ich kann den Tisch nicht, äh, darüber bringen, ihr Affen. Ding ist, dieser Brewing Stand. Dann bauen wir den doch ab. Ja, aber wie denn? Ja, mit der Spitzhacke. Kann man mit, mit dir abbauen? Ja, hä? Hier, tausend Stück. Oh, lull. Wir brauchen Emerald. Verkauft ihr Botten hier gar nichts? Ich hab eine Enderpelle. Oh, ich hab die auf einen Villager geworfen, ich Idiot. Der wackelt nur mit dem Kopf. Will der hier nichts verkaufen? Also kauft der gar nichts an? Der kauft Rotten Flash an, aber das kriegen wir, das ist ein Ding, was wir nicht kriegen. Okay, wir brauchen einen Villager, der irgendwas ankauft. Irgendwas dämliches, Alter. Was brauchen wir nochmal? Komposter, Komposter. Kannst du einen Komposter bauen, Bro? Ich bin nicht blind. Oh, wir hätten eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste. Ginge sicherlich auch, wenn wir eine Kiste aufbauen. Der Inhalt weiß ich nicht, Leute. Ja, ich hab einen, ich hab einen. Okay, wo soll ich den hinstellen? Der steht nicht auf Höhe von dem. Also da, wo der Diablog jetzt gerade ist, muss der quasi hin, weißt du. Pass auf, Tobi, fahr mal. Wie viele Karotten hast du noch? Ähm, zwei Stacks fast. Achtung, Leute. Und das ist Inflation. So funktioniert Inflation, Leute. Und so, Leute, haben eure Eltern die Wirtschaft gefakt. So, die Arabi Money Rich. Uuuuh. Okay, der gönnt nicht mehr, Leute. Ist der leer, oder was? Ist der dumm, oder ist der leer? Du hast ihn leer gesaugt. Ich hab einen Stack mit 62 Betten, by the way, Tobi, ne? Damit haben wir den Drachen so schnell gelegt. Okay, gut. Lassen sie es nether gehen. Let's go. Digga, bau XXL-Portal. Oh, nein. Die magische Kraft. Und rein. Der ist noch nebengebrannt. Richtig dumm. Hier sind Blazes auch direkt. Hier sind direkt Blazes. Digga. Oh, ich hab voll viele. Oh. Oh. Wolltest du nicht die Blazes türen? Achso. Hier spring einfach runter. Ja. Überlebt man? Ui. Gefährlich. Lass mal gucken, ob wir irgendwo Spawner finden. Ähm. Ich hab einen Blazespawner. Er ist weiter Goldäpfel. Okay. Ich hab einen Blazespawner. Ähm. Boah, Digga. Gute Frage. Wo bin ich? Ich seh deine Emerald Blöcke. Oh, nein. Ich hab keine Emerald Blöcke. Oh, doch. Schade. Aber wir müssen dann auf Suche gehen, oder? Kann ich den 12 Underperlen? Sonst gehen wir gleich nochmal schnell raus. Digga, warte. Wenn wir den Spawner abbauen, wie viel kriegen wir noch? Gar nichts. Weil der Spawner nicht droppt. Ja, aber was mit Silk Touch? Au! Ja. Hast du den anpackt? Digga, ich hab noch gar keine bekommen. Chats. Könnt ihr doch mal ganz kurz alle Macht-O-OP-Apps schreiben? Oder eventuell, äh, ja aus dem Pausen. Ja aus dem Pausen. Oder Wasser im Netter. Oder Schlaf im Netter. Ja, das haben wir schon, oder? Wir können jetzt halt 18, weil ich will noch auf einen warten, ja? Kann man die nicht irgendwie dupen, oder so? Was für ne Version von Minecraft? Die Prinz-Marcus-Version. 1.2 Alpha. Hey! Wow, junger Mann. Nicht so wild, das Blaze. Ja, wir haben jetzt 20 Blaze-Root sollte reichen. Ja, nesses. Wollen wir jetzt Quarz holen? Persönlich jetzt weniger Interesse dran. Wir können aber übel geile Haus bauen dann, weil wir endlich Quarz haben. Kannst ja dann später machen, wenn ich weg auflöse. Ähm, da drüben, wo die Blazes gerade fliegen. Ah! Oh! Digga, wenn wir sterben, ist es vorbei, ne? Der andersknappe Hase, Alter. Äh, fuck, wir kommen jetzt auch ohne Blöcke abzubauen. Warte, hier? Digga, das ist Scam, weil die Blazes da sind. Ist unfair, ne? Okay, wir bauen uns einfach an der Wand nach oben. Ah! Au! Nein! 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 Ist dein ganzes Zeug verbrannt? Ach du Affe, Alter! Ja, Leute! Das war's vom heutigen Event! Ah! Ja, steck mal nicht drin, ne? Steck mal nicht drin. Ich klasse den Ender Drachen jetzt! Schade, Alter! Ja? Ah, Mann, Alter! Whack! Okay, Leute. Ich bin jetzt offline, ich muss nämlich jetzt los. Trotzdem ein bisschen fang ich, dass was passiert ist, aber gut. Doch! Ähm, in dem Sinne, meine Freunde, macht's gut. Und das war's für diesen geilen Stream für heute. Dankeschön! Ja, bitte. Nah! Eveeinie K Vielen Dank.